Renhard Unfall zufolge. Ich gebe dir gleich Unfall. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh! Nein! Fuck! Scheiße! Nein! Ich hab's ganz vergessen! Ja, ich weiß, dass ich mit dem Elektroschocker erledigen kann, aber... Ah! Fuck! Ich darf ja nicht rennen! Scheiße! Fuck, man! Kacke! Aber egal, wir haben ja gespeichert, Gott sei Dank! Toi, toi, toi! Mann, ey! Fuck! So, also, heißt es für uns, wir erledigen den Typen. Elektroschocker haben wir ausgewählt. Jetzt kommt der echt hier hoch? Ich werd bekloppt. Wenn du an Service 7 bestand aus widersprechen sollte, legen Sie bitte Beschwerde ein. Hallo! Android! Du scheiß... Noch hat da... Was macht der denn da? Warum tanzt du denn da rum? I wanna dance with somebody... De-de-de-de-de-de-de-de... Geht doch bloß welche von dem Terminal? Ich muss da hin. Übergangspatienten müssen ihre Kronnummer und Anlaufzulassung angeben. Hallo? Nein, 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 nein. Ach, gibt's doch nicht. Wieso steht denn jetzt da rum, der Klon? Ist kein Bug. Nee, nee, ist kein Bug. Okay, gehen wir mal jetzt... Der geht da lang? Gut, da können wir jetzt nochmal an dem Terminal hier drangehen. Ich frage mich, warum sie sich hinstellen muss. Ja, ist gut, komm, ist gut, ist gut, ist gut. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen, das ist schon mal supi. Weil das heißt für uns, wir können ja direkt durch die Tür raus. Ich hätte gerne vielleicht nochmal gespeichert, aber naja, gut. Uah, 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 nein, fuck, scheiße, nein, nein, nach oben, wo dieser Saber rauskommt, da darf man nicht runter her. Ach, man, das muss man auch mal wissen, ey, fuck, shit, man, kacke. Uah, scheiße, man, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid, die Let's Play Live Show zu Kuka. Dankeschön. So, dann gucken wir nochmal. Was haben wir denn hier alles? Obwohl, ich habe auch eine EMP-Mine, die dürfte da auch funktionieren, oder? Obwohl, er ist jetzt da hinten, da könnte ich jetzt eigentlich hier wieder... Komm, mach fertig, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Uah, uah, er kommt, uah, fuck, falsch. Uah, lass los, lass los, lass los! Fuck, der kommt, 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 der kommt. Er kommt, der kommt, der kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wo ist er denn? Guck, guck. Hallo? Mach den Robo platt Wie geht's dir? Mir geht's gut Probieren wir mal die EMP-Mine aus Vielleicht bringt die ja was Yes Äh, werden wir mal ganz schnell hier eben eingeben Ich weiß nicht, wie lange das hält Das gefällt mir gar nicht, dass der jetzt bei uns im Rücken steht Oh, fuck Oh, fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Soll ich auch ganz ehrlich was sagen? Ich werde mal eben speichern Oh, oh Ich werde mal eben ganz schnell speichern Komm her, ich hab einen Elektroschocker für dich, komm mal Wieso geht der, nein, fuck, wie benutze ich den Elektroschocker nochmal, fuck Äh, äh, die benutze ich den Elektroschocker, fuck Oh Wie benutze ich denn diesen scheiß Elektroschocker? Wie geht das denn? Ach so, okay. Jetzt komm her. Komm her. Hallo? Wieso funktioniert das nicht? Ja, zzzz. So, jetzt geh ich sterben. So, weiter geht's. Mann, ey, fuck. Wow, wow, wow. Wieso kommt das scheiß Drex Alien jetzt da oben raus? Fuck. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Wow. I got the key. I got the... Ich fühl mich grad nicht gut. Da ich nicht weiß. Boah, meine Pumpe geht grad voll. Ach, hier waren wir ja vorhin, ne? Shit. Aber ich glaube, wir gehen richtig. Glaube ich zumindest. Puh. Die Tür ist grad zugegangen hier rechts. Wow. Wow, 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 fuck, 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 fuck. Scheiße, Sackgasse. Scheiße, Sackgasse. Nein. Ach, fuck, man, kacke. Scheiße Gut, das war ein Fehler von mir, definitiv Das, ähm, leuchtet ein Auf jeden Fall Ja Scheiße Guck auf die Karte, ich guck nicht auf die Karte Ich habe gesagt, das ganze Let's Play hier Das erste Mal, dass ich's durchspiele Werde ich nicht ein einziges Mal auf die Karte gucken Wow, 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 wow Den hab ich ja ganz vergessen Ich dachte, der wär, wow Nein, diesmal nicht, Alien Diesmal nicht, Alien Alien diesmal nicht Wow, wow, wow Wo muss ich hin? Da lang muss ich Am Motion Tracker sieht man ja auch, wo man lang muss Das ist das ja Deswegen Falsche Tür, falsche Wow, nein, fuck Scheiße Nein Mann Das gibt's doch nicht Ja, genau Ich möchte die Karte nicht benutzen Habe ich ja gestern gesagt Wir gestern angefangen haben So, der kriegt jetzt erstmal Mit Elektroschocker kriegt der jetzt erstmal einen Psst So Weh, das Alien kommt jetzt da runter Das ist aber was schwer hat los hier Irgendwelche Schächte oben Nein Irgendwelche Schächte oben Ja, hier Ganz bestimmt werde ich nicht hier rennen Boah, Leute Oh, Leute Wow, 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 wow Fuck, 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 fuck Boah, hier ist doch schon wieder das Alien Boah Boah Ich werde mal hier eben die Kiste durchsuchen Das ist Alien Isolation Probier's mal Mit Gemütlichkeit Mit Ruhe Ja, von wegen mit Gemütlichkeit Was haben wir denn hier? Okay Oh, 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 oh Es steht da Es steht da Es steht da Ich seh's Ich seh's Ich seh's Ich seh's Es steht da Und es kommt hier rein Ja, super Und jetzt? Hallo Alien Ich grüße dich Wie geht's dir? Was? Was? Wieso hat's uns nicht gesehen? Okay, ist gut so Lieber schnell weg hier Lieber nur lieben Liebt gerne die Beine in die Hand Und verschwinden von hier Aber ganz schnell Mach die scheiß Tür auf Wo ist der Ton hin? Okay Der Ton ist gerade voll verbuggt Nein, 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 nein Oder sollte das so sein, dass da kein Ton kommt? Ich glaube nicht Hallo Patrick Oh Lacker Oh mein Gott Und jetzt Entkommen sie Oh, sollte es schon das Ende sein? Sollte es schon das Ende sein? Ich weiß es nicht Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Oh, ich mach mir noch einen Kaffee währenddessen Fuck Fuck, hier ist eine Tür Der Motion Tracker funktioniert Oh Was ist er denn? Beim Zahnarzt hier? Tatsache Wir haben ja noch die Zeit Das eben zu untersuchen Aber sollte es schon wirklich das Ende sein? Wo müssen wir da hin? Müssen wir hin Aber hier komme ich doch gar nicht weiter Oder müssen wir hier was tun? Ah, hier ist eine Leiter Medikit? Wie Medikit? Was kann ich denn mit der Leiter machen? Gar nichts Weil die leuchtet so Kletter Achso Oh, hier ist aber heiß Wo, 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 wo Das glaubst du selber nicht Das wäre echt schade Da schon das Ende wäre Weil dann wäre das Spiel relativ kurz Gibt kein Ende Hört nicht auf Patrick, der erzählt eh nur blöd sind Ne Ich weiß gar nicht, warum man immer solche Äußerungen sagen muss Nun, Tag, wie geht's, Heifle Schengo ganz gut so weit Du, äh, ich bin grad, wie seien die Nächte Schön Höh Boah Boah So Hallo 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 Ich glaube ich werde mal Medikit nehmen Fällt mir gerade auf Jetzt können wir gut eins gebrauchen Was? Was? Was war das? Okay Das war nur ein Schatten So Where am Where am I? I'm in a Schacht Okay, immer noch Genau, zweiten Teil Genau, morgen geht's weiter mit dem zweiten Teil Für jeden 70 Euro Circa Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Hast du noch ein bisschen vor dir? Ja, ich denke auch schon In der Falle Trophäe halten Gizmo ist auch nur am Pennen irgendwie Und das ist kalt geworden in Deutschland, muss man sagen Ganz schön Die andere Hälfte gibt's im Season Pass, genau Aber Season Pass werde ich mir definitiv fühlen Schon alleine wegen dem Überlebensmodus Für die neuen Karten, da bin ich echt mal gespannt So Mit dem Sicherheitszugangsgenerator können sie Systeme, Türen und Terminals überbrücken Geräusche über und unter ihnen weisen darauf hin Dass es Alien in der Nähe ist vielleicht So schnell konnte ich nicht lesen Aber dass die Kamera so rötlich wird Obwohl ich es aus habe, die Kamerasteuerung Was ist jetzt? Ist vielleicht der Aufzug ste... Huch Bringen Sie die medizinische Ausrüstung zu Taylor Okay, scheint wohl der einzige Weg zu sein durch den Schacht, ne? Weil da geht's ja wieder nach oben Finden Sie einen Alternativfahrstuhl? Zombie-Modus, ja, genau Wir haben hier noch 20 Grad Oh, okay Erdferkel hat noch 20 Grad Ne, bei uns nicht, bei uns sind's Was war das denn? Bei uns sind's vielleicht 15, 14 Ganz schön frisch Okay, Inventar ist voll Können wir irgendwas bauen? Bevor ich jetzt hier Ja, wir können einen Geräuschmacher wieder herstellen Den können wir gut gebrauchen Der hat bis jetzt gute Arbeit geleistet In schwierigen Situationen Eine MP-Granate haben wir nichts mehr Aber wir können eine Rauchgranate erstellen Sehr schön So, weiter geht's Boah, wie gut aber auch diese Kabel aussehen Ist ja der Wahnsinn Werden wir verfolgt? Nein, ne? Ich denke nicht Ja, neben dem Ofen habe ich auch 25 Grad und mehr Oh, ist das eine geile Atmosphäre Oh mein Gott Hallo? Ja, Let's Play Live Show, wie gesagt Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr einschalten Heute Sonder-Stream Da fehlt ein Teil Das muss ich in Ordnung bringen So, finden sie Ein Kompressorzylinder Für den Aufzug Okay Kompressionszylinder Für den Aufzug Oh, bei euch habt ihr 13 Grad Werbung Ne, leider geht's nicht Werbung geht leider nicht Der Nightbot Funktionierte nicht Ich hab ihn gestartet Der wollte nicht Von wo sind wir denn gekommen? Sind wir jetzt Ne, wir sind von oben gekommen, ne? Dann werd ich mal hier reinklettern Ich glaub, es ist die letzte Batterie von der Taschenlampe Also, Reflex GER ist mein YouTube-Channel Falls du da mal gerne Regie Nightbot anschalten Genau Falls du da mich mal besuchen möchtest Auf meinem YouTube-Channel Reflex GER Mahoney Zum Glück Wir wurden angegriffen Plünderer Wir haben uns über Wachbarn Geht ihr nach oben kommst? Wir sitzen in der Falle Der Aufzug geht nicht Ihr seid gleichfahrer Bis dem und mit 10.000 an Da gibt es genug für eine Reformatur Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen Wir haben den Bedarf für Androiden an Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist Diese Dinger greifen jetzt Menschen an Auch Bots brauchen freien Sonntag, ja Arschloch Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden Ich auch nicht Was haben wir hier? Ich glaub, das ist so ein Funkgerät Äh Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört So viel war mir auch klar, du Genie Aber, was hat sie ausgelöst? Das ist bestimmt Waits Ich hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten Fernsprengladung Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein Vielleicht ist das die Lösung Ich hab gehört, Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie Da können wir hin Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft Nein, danke Uns gehen die Möglichkeiten aus Dann als Mordel lass mich nachdenken Genau, als Mordel lass mich nachdenken Wow 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 Wir müssen ganz leise sein Ich äh Bin grad total perplex hier unterwegs Ich äh Wir sind nicht allein Etwas hat die Schüsse gehört Hör doch auf Ja, ich kann mit den Menschen reden Ich hab's aber abgeschaltet Und ich möchte aber nicht mit denen reden Bin ich ganz ehrlich? Bin ich ganz ehrlich? Genau, bin ich ganz ehrlich? Bin ich ganz ehrlich? Ähm Ehrlich ist auch gut Ähm Ich hab's abgeschaltet Weil ich ja hier, wie gesagt Durch das Mikrofon blabbel Und dann würden die mich sofort hören Das geht ja Das kann man ja einstellen Dass die Gegner einen über die Kamera hören Wenn man die hat Oder halt die Kamera halt Die Kopfbewegung Mitnimmt Das wird jetzt immer mehr Diese Steuerung Und bald werden wir das ganze ja erleben In der Projekt Morpheus Hör Habe ich mich jetzt an dem scheiß Schild erschrocken So, was haben wir hier Schönes? Fehler Ungültiges Argument Äh Wie Y sind Jahre voraus Bericht Sim Sys Sim Smythe Leiter der Synthetik Entwicklung Haben Die Baupläne für den 20 120 A8 Erhalten Ich weiß ja nicht Wie viel unser Maulwurf zahlen Aber Sijin Wird eine ganze Menge Mehr hinlegen müssen Für Weyland Yutani Ist das alte Technologie Aber es Überschreiten Die unsere Möglichkeiten Bei weitem Unsere Chefs und Aktionäre Hören einfach nicht zu Wir brauchen Investoren Oder Investitionen Die Firma Und alle ihre Ableger Sind uns Lichtjahre voraus Smiles Ich habe mir ihren Bericht Über die Weyland Yutani Androiden Und ihre Vorschläge Zur Verbesserung Der Hiwis angesehen Ich weiß ihre Bemühungen Sehr zu schätzen Aber sie müssen verstehen Dass wir uns In verschiedenen Welten Bewegen Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen Meine verfügt Über eine Vorstandsetage Und 8000 Dollar Anzüge Das leid kann man Mein Freund Ich habe sie angestellt Weil sie am günstigsten waren Nicht am besten Finden sie einen Weg Die Kosten zu senken Okay Nur zum Ende Hallo Hugo V Stieglitz Willkommen zur Let's Play Live Show Zur Sondersendung Heute an diesem schönen Sonntag Ich hasse Siegsen Siegsen Hi ABC Willkommen So Ähm Tja die Frage ist Wo müssen wir denn jetzt hin Hier ist auch ein Raum Hier waren wir noch nicht Ah hier können wir speichern Das ist schon mal supi Zack Ja ich möchte speichern Das ist schon mal toll So da haben wir wieder Einen Computer Da liegt Revolver Munition Haben wir übrigens auch noch Nicht ausprobiert Den Revolver Wollten wir eigentlich auch mal Gemacht haben Ähm Okay Russell Hier ist meine tolle Rede Für den professionellen Kunden heute Was halten sie davon? Spedding macht mich kalt Wenn dies nicht an Wenn Wenn die nicht anbeißen Okay Herzlich willkommen meine Herren Herzlich willkommen Im Herzen der Sebastian Polysynthetic Solution Nächster Halt Auf unserer Tour Ist das Systecturm Äh ist der Systecturm Mit der Apollo Kern Aber zunächst ein Beispiel Für Androiden Selbstführung Benötigt die Apollo Syntet Ein größerer Reparatur Als die Werkstatt Durchführen kann Kommen sie hierher Äh wir sind davon überzeugt Dass die erste Lieferung Vollautomatischer System System Reparatureinheiten ist Ganz ohne den Einsatz Menschlicher Menschlichen Wissens Ganz ohne teures Training Alle Daten kommen direkt von Apollo Jeden Eingriff wird In der Loks Wird in den Loks Gespeichert Meine Herren So sieht die Zukunft aus Morgen Gemeinsam Russell Die von oben wollen Eine Komplettübersicht Über das gesamte Komponentenlager Ein paar der Sachen Ein paar Ein paar der Sachen Da sind Nützlich Ein paar der Sachen Ein Was Ein paar der Sachen Da sind nützlich Das deutsche ist so ganz komisch Irgendwie Ein paar der Sachen Sind dort nützlich Ein paar Sind Schrott Schätzwerte Wollen sie auch Schätzen Schätzungsweise Schätzwerte Wollen sie auch Syntet Okay Irgendwie die Übersetzung Ist wohl nicht so gut gelaufen Bei Sega Das ist glaube ich Immer so der Fall War den Wie wird das Game Bis jetzt bewertet 1 bis 10 Wäre lustig Wenn mal So ein Speichertelefon Kaputt wäre Oh ja Wenn du da hinrennst Und denkst So boah geil Ja und auf einmal kaputt Äh Eine Bewertung von 1 bis 10 Würde ich jetzt Na 8,5 geben Ja 8,5 Oder nur 9 Sogar Jetzt wird's lang Wir haben wieder Zeit Zu sterben Oder Ich weiß nicht Wo wir hin Müssen Das ist das Problem Ich denke mal schon Dass wir sterben werden Wieder Oh Wo sind wir denn hier Oh 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 Ja ja Macht ihr mal da hinten Ich geh mal so lange hier weiter Okay mach die Tür auf Oh What the fuck Nein nicht rennen Nicht rennen Oh Hallo Ne der hat ja erst gespeichert Lohnt sich erst wieder Wenn er vergisst zu speichern Und weiterkommt Ich muss immer noch sagen Diese Atmosphäre ist einfach Total geil Also Wer sagt Dieses Spiel ist scheiße Der hat keine Ahnung Ja Verschaffen sich Zugang zum Warenlager Ziel aktualisiert Okay Was Nutze den Androiden Als Zugang zum Komponentenlager Ja super Jetzt müssen wir den auch noch benutzen Na toll Klasse Boah ist das geil Hallo mein Freund Willkommen bei Futurama Ja wir müssen erstmal den Na finden sie einen Weg Den Bedarf Androiden Einzuschalten Also müssen wir Strom Einschalten Na supi Was haben wir hier Okay können wir nichts machen Hier fehlt eine Tüte Ich möchte nicht wissen Was da drin war Ich will es gar nicht wissen Ja man kann es Man kann es so ziemlich Vergleichen mit Outlines Nur dass das Thema Halt ein anderes ist Ne Nur dass du halt hier Oh wieder speichern Ich kann wieder speichern Nur dass halt wie gesagt Das Thema halt ein anderes Es ist auf jeden Fall auch Survival Und und